Warum ist das denn so? Warum werden denn Männer so abgewertet, überall in unserer Gesellschaft? Maximilian Pütz ist Deutschlands bekanntester Flirt-Guru. Er hat Bücher geschrieben mit Titeln wie der Casanova-Code oder das Gesetz der Eroberung, die sich tausendfach verkauft haben. Er bietet auch Seminare an, wo er die Kunst der Verführung lehrt, ebenfalls sehr gut besucht. Und er war schon mehrfach im Fernsehen, zum Beispiel zu sehen bei RTL 2 als Dating-Coach in der Show Jungfrau sucht die große Liebe an der Seite von Michaela Schäfer, dem bekannten Nacktmodel. Mittlerweile ist er politisch etwas in Ungnade gefallen, weil er eben auch den Feminismus kritisiert und sich für Männerrechte eingesetzt hat. Er lebt in seinem Urlaubsdomizil auf Mallorca, wo ich ihn letzte Woche besucht habe. Und ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit ihm geführt, wo es um Feminismus geht, Krieg, Corona, aber auch um die Krise als Chance. Und dieses Gespräch wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Sehen Sie jetzt mein Interview mit Maximilian Pütz. Viel Spaß dabei. Ja, Herr Pütz, es gab ja neulich Wirbel und mein neues Shirt von Ihnen, das auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Können Sie diese Causa vielleicht nochmal kurz nachskizzieren? Ja, also ich wollte für meinen YouTube-Kanal ein bisschen so Fanartikel, das ist ja das, was man so heute macht, erstellen. Ich habe ein paar T-Shirt-Designs entworfen, ich glaube drei an der Zahl. Und dann erreichte ich mich auf einmal eine E-Mail und dann das ein T-Shirt praktisch tensiert wurde. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Problem damit? Ich habe es jetzt heute mal angezogen, also contains toxic masculinity, was so ein bisschen ein Gag ist auf die ganze toxische Maskulinität-Geschichte, weil ich auch Männerrechtler bin und gedacht habe, okay, gut, ihr nennt euch toxische Männer, dann bitteschön, dann bin ich der toxische Mann. Habe ich jetzt erst mal gedacht, okay, warum soll das bitte verboten sein oder was ist da los? Muss bestimmt ein Fehler sein. Naja, dann kriegte ich eine freundliche E-Mail wieder und dann wurde mir mitgeteilt, das verstößt gegen die Community-Richtlinien wegen Sexismus. Und da habe ich gesagt, Sexismus? Okay, also kann ich jetzt hier gar nicht erkennen. Und dann habe ich ja nochmal einen ewig langen Vortrag darüber bekommen, was Sexismus ist, zur Meinung von Spreadshirt, darunter auch ein flüchtiger Blick. Musste ich dann auch erstmal lernen, dass ein flüchtiger Blick auch schon Sexismus ist. Und die Verherrlichung von toxischer Maskulinität, die ich wohl mit diesem T-Shirt machen würde. Ja, dann war ich natürlich sehr überrascht und habe mir erstmal hin und her geschrieben. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, also ich bin ja Libertärer, deswegen denke ich auch immer, jedes Unternehmen hat auch das Recht zu sagen, hey, wir wollen diese T-Shirts nicht verkaufen oder diese nicht. Fand es halt persönlich lächerlich. Dann habe ich mir gedacht, nachtigall, ich höre dich trapsen. Ich gucke mal, was die noch so für T-Shirts verkaufen. Ja, dann habe ich erstmal Nazi eingegeben, weil da kennt man ja auch so T-Shirts. Da kamen dann erstmal Punch-Nazis, also als Aufruf. Und ich weiß nicht genau, aber ich dachte immer noch, wir leben in einer Gesellschaft, wo man selbst Nazis nicht schlagen darf. Also ich dachte, das wäre so Selbstjustiz. Und vor allem nicht Aufrufen saft dazu. Und wir wissen ja natürlich auch alle, wer bei den Linksradikalen als Nazi heute gilt. Das sind ganz besonders alle vom Kompakt TV. Jeder, der irgendwie sich nicht impfen lassen hat. Jeder, der irgendwie nicht mit Ja und Abend gesagt hat zu Regierungsmaßnahmen. Also im Prinzip alle, die nicht voll auf Regierungskurs sind. Und dann ist es noch ein offener Aufruf, Gewalt auszuüberlegen. Ich dachte, okay, das ist schon sehr krass. Was gibt es denn hier noch zum Thema Feminismus? Ja, und dann, ich habe es fast nicht geglaubt, nachdem er mich darüber belehrt hat. Ach, das war noch in der Belehrung drin. Sexismus ist die Abwertung eines Geschlechts oder einer Person aufgrund ihres Geschlechtes. Fand ich dann da ein T-Shirt mit der Aufschrift, Man are trash. Also Männer, alle Männer sind Abfall. Dann schrieb ich die natürlich wieder an und sagte, wie passt denn das? Also wir haben ja gerade hier einen großen Vortrag über Sexismus und hier werden alle Männer als Abfall bezeichnet. Das passt für mich irgendwie nicht so ganz ins Konzept. Ja, dann wurde ich dann, ja, okay, wir prüfen das natürlich, bla 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 und hin und her. Ja, so eine Standard-E-Mail. Dann nach einer Woche habe ich wieder nachgefragt und habe gesagt, das T-Shirt ist immer noch online. Was ist denn da los? Ja, und dann irgendwann kamen gar keine E-Mails mehr und dann wurde dann irgendwo, wo ich gesagt habe, Leute, so geht es nicht, Freunde. Da wurde dann mein Account gelöscht und ja, das war es dann mit Spreadshirt. Und ich finde es eine so himmelschreiende Ungerechtigkeit und Unglaublichkeit, dass ein humorvoller Seitenschlag auf den Feminismus, auf die toxische Maskulinität praktisch Sexismus-Stufe 3000 ist. Aber alle Männer als Abfall zu bezeichnen, geht vollkommen klar. Ja, jetzt sind sie ja voll ins politische Treiben geraten, in den politischen Kampf sozusagen. Eigentlich sind sie ja Dating-Coach, beschäftigen sich also mit dem Verhältnis der Geschlechter zueinander, was ja eigentlich eine Stufe tiefer oder höher liegt als die allgemeine Politik. Inwiefern verstehen Sie sich denn überhaupt als politischen Influencer? Mittlerweile sehr stark. Also dieses ganze Thema hat angefangen aus meiner eigenen Biografie, dass ich halt selber erfolgreicher mit Frauen werden wollte, weil ich auch einer von diesen postfeministischen Männern war, hier der gefühlvolle Zuhörertyp und gemerkt habe, dass ich da irgendwie nicht gerade Türen eingerissen habe bei den Frauen. Dann habe ich mich sozusagen selbst therapiert und selbst auf die Suche begeben, was ist denn Männlichkeit, positive Männlichkeit. Da gab es ja gar keine Vorbilder mehr für mich. Und dann bin ich automatisch in das Politische reingerutscht, weil dann habe ich mich natürlich gefragt, ja warum ist das denn so? Warum werden denn Männer so abgewertet? Ja, überall in unserer Gesellschaft. Womit hängt das denn alles zusammen? So, dann kamen natürlich diese Ungerechtigkeiten mit Corona und sowas und da muss ich mich natürlich als Männlichkeitscoach auch positionieren. Weil eines der urmännlichen Eigenschaften ist Selbstbestimmung und Freiheit. Einstehen für die eigene Freiheit und auch einstehen für die Schwächeren. Und da musste ich meinen Mund aufreißen. Ich habe dadurch auch Kunden verloren, ganz klar. Aber ich kann mich nicht Männlichkeitscoach nennen, wenn ich dann irgendwie den Schwanz einziehe und meine Fresse halte auf Deutsch gesagt. Also sehen Sie, dass das so gut funktioniert hat mit Corona auch als Folge einer Verweiblichung der Gesellschaft? Hundertprozentig, ganz klar. Also man sieht das ja auch dann irgendwie oft bei, wenn dann wer mal aufgebegehrt hat, dann waren es ja oft unsere ausländischen Mitbürger, die dann die Massenverweigerer und sowas waren. Die deutschen Pussy-Männer, die lassen sich gerne herumkommandieren und alles Bescheid sagen und die wehrhaft waren und wirklich da sich auch gewehrt haben, waren leider oft dann lustigerweise Ausländer. Also das ist, früher hatte eine Gesellschaft ein Interesse daran, weil dann Kriege natürlich auch dazugehörten, wehrhafte Männer zu erziehen, auch in der jungen Erziehung. Heute hat man genau das gegenteilige Interesse. Da, wo wir keine Kriege mehr richtig führen, ist natürlich ein starker, selbstbewusster, freiheitsliebender Mann das Schlimmste, was einer Regierung passieren kann. Weil ich sage, wenn wir eine Männlichkeitskultur in Deutschland hätten, dann wäre dieser Corona-Zauber ganz schnell vorbei gewesen. Weil dafür braucht es nicht viele Männer, die sagen, mach mal nicht mit. Sie haben ja den Feminismus auch in einem Interview schon mal als kapitalistisches Phänomen bezeichnet. Also in Ihrem, ich habe eben sozusagen in Ihrem Weltbild diskutiert. Für mich ist Kapitalismus ja nichts Schlimmes. Aber natürlich, es geht einfach um die Ausbeutung von beiden Geschlechtern. Ganz klar. Und der Feminismus, so wie er von den Feministinnen propagiert wird, ist urkapitalistisch, weil dort ja nur das Wirtschaften eine Rolle spielt. Also nur seine Arbeitskraft für irgendeinen Chef zur Verfügung zu stellen und die Karriereleiter hochzuhören. Das hat ja überhaupt nichts mit Frauenbefreiung zu tun. Also Frauen sind heute viel unfreier, als sie es in den 60er Jahren waren oder davor. Da hatte eine Frau zumindest noch die Wahlmöglichkeit, das ist ja auch ein Mythos, dass die Frauen da nicht hätten arbeiten können. Sie hätten arbeiten können, die meisten wollten es halt nicht. Wenn sie geheiratet hätten, ist es ein anderes Thema. Aber auch das war keine Unterdrückung der Frau, wie oft immer propagiert wird, sondern es ist ganz klar, die Ehe ist ein Gesellschaftsvertrag. Und wenn zwei Personen eine Firma machen, wenn ich jetzt mit Ihnen eine Firma gründe und dann sage ich auf einmal, ach, ich mache hier nebenbei, möchte ich gerne noch da und da arbeiten. Ja, da werden sie mir auch aufs Dach schalten und sagen, Moment mal, wir haben uns versprochen, unsere Arbeitskraft für diese Company zur Verfügung zu stellen. Wie willst du denn jetzt auf einmal da arbeiten? Da hast du ja gar keine Zeit für. Das ist diese böse Unterdrückung, wo die Frau dann eben die Unterschrift vom Mann einholen musste. Aber davor konnten die natürlich immer arbeiten, aber sie konnten auch Mutter werden oder Mutter sein und Hausfrau und haben dafür nicht die Ächtung praktisch von allen und vor allem von ihren Geschlechtsgenossen. Weil Männer kommen da eigentlich noch wunderbar, viel besser damit klar und sagen, ach, du bist Hausfrau, du bist Mutter, super. Die größte Ächtung erfahren diese Frauen von anderen Frauen und vor allem von Feministinnen. Also mit Freiheit hat das überhaupt gar nichts zu tun. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist das ein bewusster Plan, dass die Männlichkeit aus der Gesellschaft herausgezogen werden soll? Oder ist das eher eine natürliche Folgeerscheinung von Wohlstand, Kapitalismus, dass dadurch einfach eine Schwäche der Männlichkeit entstanden ist? Das spielt sicherlich alles natürlich eine Rolle und spielt zusammen, aber dadurch, das wissen wir ja, das ist ja ganz klar, also es sind immer nicht die große Weltverschwörung, wo dann die Leute am Tisch sitzen und sagen, haha, wie machen wir das jetzt? Aber Interessen wäre natürlich gefördert. Kleine radikale Strömung, was der Feminismus ist, gerade dieser ganze Genderfeminismus, die meisten Leute lehnen den ja ab, werden künstlich aufgebauscht und werden verkauft als irgendwas total, was die meisten Leute wollen oder gut finden. Wenn man sich mal überlegt, die meisten Leute lehnen das Gendern ab, die meisten Leute lehnen diesen Feminismus ab, die meisten Leute lehnen diese Transideologie ab. Jede Umfrage bestätigt das. Trotzdem, wenn man ins Fernsehen guckt, dann denkt man, das ist der Hot Shit, das ist das heiße Thema. So denken anscheinend ja alle. Oh, da bin ich ja wohl der Letzte, der anscheinend so unmodern ist und nicht denkt, es gibt 63 Geschlechter und Männer, die halt irgendwie wie Männer auftreten, sind toxisch. Also da steckt auf jeden Fall ein Interesse drin, sonst würde diese Ideologie ja nicht so künstlich hochgepusht werden. Bezüglich der Schuldfrage, wer ist denn eher schuld? Die Männer, die das zulassen oder die Frauen, die das vehement vorantreiben? Die Männer, die das zulassen und die Männer, die das unterstützen. Weil Frauen sind, auch das ist etwas, wo ich für kritisiert wird, sind ja meistens unpolitisch. Also die allermeisten Frauen sind unpolitisch und interessieren sich für den Mist gar nicht. Also der Grund, warum so wenig Frauen in der Politik sind, ist nicht wegen dem bösen Sexismus und der gläsernen Decke. Da wird ja jede, ich sage immer, jede Frau, die da drei Sätze gerade sprechen kann oder auch nicht im Fall von Annalena Baerbock, wird ja sofort nach ins Nirvana hochgehievt, weil sie halt einfach keine Frauen finden, die Bock auf Politik haben. So, also das ist Männer, aber das ist auch ein bisschen unsere Achillesferse. Männer wollen Frauen gerne beschützen, etwas für Frauen tun und deswegen lassen die sich gerne vor diesen Karren spannen der Frauenpolitik und vergessen dabei ganz ihre eigenen Interessen. Ja, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo über 80 Prozent der Männer obdachlos sind, wo über 80 Prozent der Selbstmorde Männer sind und es interessiert keine Sau. Keine Sau. Und wenn das andersrum wäre, dann wären Sondersitzungen und UN-Sonderratssitzungen jeden Tag, hätten wir das. Das ist jetzt natürlich eine heikle Frage, aber Sie haben ja den Frauen eine geringere Befähigung zur Politik attestiert. Wie ist das dann mit dem Wahlrecht? Also wenn die Frauen weniger befähigt sind für die Politik, weniger Interesse zeigen an Politik, hieße das dann auch, dass Ihre Stimme an der Wahlorne weniger wert ist als die des Mannes? Ja, das gab es ja auch und gibt es ja auch noch im Islam und auch das auch, wenn man das natürlich, im Islam ist das glaube ich ja so vor Gericht, dass die zwei Stimmen einer Frau, also zwei Frauen zählt wie eine Stimme vom Mann. So, das geht aber über die Geschlechtlichkeit hinaus. Ich würde das, im Prinzip müsste man eine Art Test machen und nur Leute, die sich wirklich, also zwei Kriterien, ich habe da aber auch noch nicht die Endlösung. Einmal, die Leute müssen natürlich ein Grundverständnis haben dafür, was sie da überhaupt wählen und dann auch netto Steuerzahler sein. Weil klar, wenn ich jetzt irgendwie nicht arbeiten will und keinen Bock auf Arbeit habe, klar wähle ich dann linksgrün, weil die geben mir mehr Geld. Und wenn ich keine Ahnung von Politik habe, ich hätte wahrscheinlich als 14-Jähriger auch die Grünen gewählt. Wenn ich mir das nur angucke, ich bin ein Typ, ich liebe Tiere, ich liebe die Natur. Und wenn mir dann gesagt wird, die sind für die Natur und für Tierrechte. Oh ja, hey, da mache ich mein Kreuz. Und das muss man leider sagen, so wählen viele Frauen. Ja, also auch selbst meine eigene Freundin, die hat sich erst durch Corona politisiert. Dafür konnte ich sie damit jagen. Also auch komm, hör auf, erzähl mir nichts darüber. Interessiert mich nicht. Die Frauen interessieren sich meistens nicht für diese Weltpolitik oder die Zusammenhänge. Wie gesagt, Ausnahme besteht in die Regel. Deswegen bin ich auch für das Frauenwahlrecht. Ja, ich finde es auch total drakonisch zu sagen, nur weil du eine Frau bist, darfst du nicht wählen. Aber es müsste ein gewisses Grundverständnis von Politik da sein. Und dann, wie gesagt, und du musst halt ein produktives Mitglied der Gesellschaft sein und nicht nur irgendwie rumhängen und Bezüge beziehen. Und dann sagst du, ja klar, hey, geil, die Linken geben mir noch 200 Euro extra. Klar wähle ich die. Wir haben ja gerade die Situation eines Krieges und es gibt so ein Phänomen, dass vor allem Frauen jetzt als Antreiberin dieser kriegerischen Entwicklung auffallen. Zum Beispiel Annalena Baerbock oder Marie-Agnes Stratt-Zimmermann. Wie erklärst du dir das? Ja, das sind einfach für mich, das ist für mich klar, das sind einfach Sockenpuppen. Ja, also auch da ist eher das wirklich nicht Verstehen der Zusammenhänge. Ich habe wirklich teilweise das Gefühl, da sind wir wieder im Bereich der Verschwörungstheorie. Also wenn man sich das Ganze anguckt, dann kann ich mir das nur erklären, dass wirklich solch eine Vollidioten, Entschuldigung, ja, wie Annalena Baerbock, die keinen geraden Satz raussagen kann, die überhaupt gar kein Sachverständnis hat, was da überhaupt abgeht. Ich glaube, ich kann jeden Bürger auf der Straße fragen, der hat mehr Ahnung, was zwischen Ukraine und Russland gerade abgeht, als Annalena Baerbock, um solche Leute da hinzusetzen, genau um die Militäragenda, um die Kriegsagenda, um die Interessen des Westens, um das voranzutreiben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist ja, es gab ja auch die Dokumentation, Frauen im Nationalsozialismus, die waren ja auch ganz vorne dabei und die glühendsten Nationalsozialisten. Also Frauen, das weiß man einfach, folgen eher dem gesellschaftlichen Narrativ. Und das kann alles sein. Wenn Krieg gerade in ist oder in Mode, dann ist halt Krieg gerade in. Ja, wenn Frieden gerade in ist, dann ist halt Frieden gerade in. Marxismus, dann ist halt Marxismus. Wenn es Nationalsozialismus ist, ist es Nationalsozialismus. Und Leute, die wirklich, wenn es eine Revolution gab und wenn welche aufbegehrt haben dagegen, dann waren das immer Männer. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob diese Entwicklung überhaupt umkehrbar ist. Also du hast es ja vorhin beschrieben, je stärker dieser gesellschaftliche Fortschritt, Fortschritt in Anführungszeichen, je stärker diese Kapitalisierung, desto größer auch das Pochen auf Frauenrechte und so weiter. Kann man das überhaupt umkehren? Also wie kann man den Mann überhaupt wieder stärker an die Gesellschaft einbringen? Also man kann es nur im persönlichen Umfeld bei sich machen und mit halt, also das jetzt im Moment und durch Aufklärung, dadurch, dass ihr mir eine Plattform bietet, dass das Thema überhaupt besprochen wird. Ich meine, ich coache seit 20 Jahren. Ich habe über 10.000 Männer gecoacht. Meine Bücher haben sich bis zu eine Million verkauft. Also deswegen, da wachen schon welche auf. Ich meine, zu mir kommen 22-jährige Männer, durchtrainiert, gut aussehen und lassen sich von mir 44 eher den alten Sack praktisch erklären, wie sie Frauen kennenlernen. Das hat schon eine gewisse Komik. Also das funktioniert im Einzelnen und das ist auch das Wichtige in seinem Freundeskreis und Umfeld. Gesamtgesellschaftlich wird es sehr, sehr schwer. Da muss wirklich fast ein ganzer Systemwechsel herkommen, weil ansonsten, also die ganze Entwicklung ist ja nur noch negativ. Es wird so hart gepusht. Aber Corona, damit haben sie es ein bisschen übertrieben, auch mit dem ganzen Impfgeschichte. Das heißt, immer mehr Menschen wachen auch auf. Und wenn die Menschen beginnen, das ist auch meine Erfahrung, eine Sache in Frage zu stellen, dann stellen sie auch auf einmal andere Sachen in Frage. Ja, dann okay, die haben uns, habe ich ganz gut bei meinen Schwiegereltern gesehen, die haben uns beim Thema Impfen belogen. Ja, vielleicht ist das, was sie zu Geschlechtern, Dynamiken sagen, ja auch bescheuert, auch gelogen. Oder zu der Sache Russland, Ukraine. Ja, da sind ganz viele Leute jetzt kritisch geworden, die vorher niemals regierungskritisch waren. Es gibt ja auch dieses Meme, gute Zeiten erzeugen schwache Männer, schwache Männer erzeugen schwere Zeiten, schwere Zeiten erzeugen starke Männer. Das heißt, in der Krise liegt vielleicht auch die Chance zur wieder männlich-Machung der Gesellschaft. Und was auch noch viel interessanter dabei ist, ist halt, und das kann man ja auch in so Serien wie Walking Dead und sowas sehen, aber auch, und da bin ich 100 Prozent überzeugt, dass es genau so ist, Feminismus ist eine Dekadenzbewegung. Also diese, nicht die Frauenrechte. Sobald diese Sachen zusammen, die Kanalisation, alles zusammenbricht, das System, ich sag dir, da ist das alles, da werden die Rollen wieder ganz klar verteilt sein. Da werden wir hier als Männer losziehen und irgendwie gucken und Nahrungsmittel sammeln und Ressourcen, während die Frauen im Camp bleiben und die Wäsche waschen, auf die Kinder aufpassen und sonst was. Da wird keine Frau schreien, ey, Moment mal, ich bin ja aber auch eine selbstständige Frau, ich möchte gerne mit euch auch jetzt hier zum Looten gehen oder sowas. Vergiss es. Da ist, oder wie Bill Burr, der amerikanische Komiker, gesagt hat, there are no feminists in a burning building. Also es gibt keine Feministin in einem brennenden Gebäude. Ja, das ist so. Da ist sofort der Feminismus vergessen. Wenn irgendwo Not am Mann ist, ein Schiff untergeht oder sonst was, dann Frauen, Kinder zuerst, da stellen sich die Feministin mit an. Die werden dann nicht sagen, nee, Moment, ich bin Feministin, gleiches Recht für alle, ich bleib jetzt auch mit den Männern auf dem Boot. Herr Pütz, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne, danke. Kompakter Tag gerüttelt das Volk auf. Stehen wir für unsere Freiheit ein. Wir sind das neue deutsche Fernsehen. Wir zählen auf eure Unterstützung. Das geheime Deutschland wächst hier. Wir sind die Gemeinschaft der Standhaften. Werde auch du ein Teil davon. Kompakter Tag sendet die Nachrichten, die das Regime verbieten will. Punkt 26 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020